Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spec Ops The Line Ich wollte da eigentlich mit Nahkampf rein Geht das? Ne geht nicht Okay ich gehe wieder drauf Tja ich muss echt Ja ich lasse die vielleicht ein bisschen näher rankommen Bevor ich sie erledige Sonst wird es mit der Munitionsknappheit nicht gut laufen Merke ich gerade Adams Lugo Hört ihr mich? Toll Kein Signal Wird ja immer besser Okay ich brauche schnell ein Gewehr Und jetzt nochmal das hier Wenn du mal hier rüber kommst Obwohl dich könnte man noch alles ledigen Such deine Deckung Aua Gib mal bitte Besser als gar nichts Und Deckung Na komm Ah ich brauche mal wieder Muni Kann ich deine Muni haben? Nein kann ich nicht Okay ich lebe noch Okay ich lebe noch Geh bitte Entdeckung Das ist doch mit diesem Deckungssystem Nicht so wirklich Wie gesagt das ist nicht so ganz meins Zu viel Tastenhämmerei Okay das ist schwieriger als ich mir das hier jetzt gewünscht hätte Eigentlich würde ich da jetzt gerne mal vorankommen Ich glaube ich muss echt noch länger warten Aber jetzt ist es halt wirklich so das Erste mal das Problem Dass wir halt Wirklich mit dem Munitionsmangel hier zu kämpfen haben Wie wäre es mit deinem? Hm das war jetzt auch nicht so das Wahre Ja Munitionsmangel Viele Gegner Zu wenig Deckung Na komm Eigentlich soll das doch deutlich besser laufen hier Von wo ballert der eigentlich? So dann gehe ich mal schnell wieder in Deckung hier Das kann doch nicht wahr sein Ich brauche Also vorhin ging es deutlich besser Ich brauche halt Ne ich brauche hier Munition Ich brauche keinen Schwierigkeitsgrad Ich brauche Munition hier unten So einmal zweimal Okay dann würde ich gerne mal hier hin Gebe den Deckung Wieso kommt ihr auf einmal von hinten hier angelaufen? So wer will denn wo noch reingehen? Wieso kann ich gerade keine Granaten werfen? Ich sehe absolut nichts hier unten Ja Okay wir haben eine neue Waffe Sehr gut Aua 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 Kinders Ich bräuchte eine anständige Waffe Aber ich glaube die kommen gerade an Oder waren das gerade die anderen? Hm Ich brauche hier echt eine bessere Waffe Das ist alles nicht das Wahre Ich brauche mich Toll Kein Signal Wird ja immer besser Okay Ich brauche schnell ein Gewehr Mocker Fährst du mich? Ja Alles okay Hört es sich so an Schwingt euch hier runter Gut gemacht So Aua Oh das ist eine so Bescheuerte Stelle hier unten Mann Wie gesagt Aber es ist halt Sinn Aber ich Es ist halt einfach viel zu wenig Munition Und viel zu viele Gegner gerade Toll Kein Signal Wird ja immer besser Okay Ich brauche schnell ein Gewehr Mist Ich habe aber Leute Einen Schuss schon versaut Warte mal Wie wäre es denn Wenn wir hier hingehen Das ist direkt über mir oder? Und Errungenschaft Schön Okay Wie der Schulflind ist das eigentlich gar nicht so schlecht Hier merke ich gerade Bleib in Deckung Hört das doch mal auf Nicht nachladen Ah Töten 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 Meine Herren Okay Sieht schon mal ein bisschen besser aus hier Allerdings immer noch nicht rosig Wir hätten da gerade geballert Ah da ist jemand Und es werden mehr Du lebst leider noch ein bisschen zu sehr Jetzt nicht mehr Du kommst gleich hier um die Ecke oder? Endlich Dankeschön Jungs Das war jetzt knapp Puh Wo bleibt ihr denn so lange? Der Aufzug war hin Wir mussten zu Fuß gehen Vögel Zeitpunkt Sargent Was? Schon okay Adams Mir fehlt auch nichts Kein grund zur Aufregung Ich sage ja nur Ich weiß Ich weiß Hast du das Signal Lugau? Ja Ganz nah Dann mal los Okay Ich denke wir kriegen dann nachher Oder hoffentlich noch ein bisschen was an Moody bei Gelegenheit Aber hey Wir haben es endlich mal geschafft Ich gehe rein Oh Wir stehen auf den Weg Hab einen Delta ist auf dem Weg Eine Haftgranate Okay Schalte den mal gerade bitte aus Du kannst da oben auch mal weg Schade Da geht die Muni hin Ich habe echt keine Muni mehr Ungut Achso wir haben aber noch Granaten Bringt leider nichts Na gut Ich bin mal Gleich wieder da Ich brauche mal gerade Muni Ist Du hast zumindest noch Muni da Lenkt den doch mal ab Jungs So wird das nix Die machen uns hier fertig Meine Güte Das war jetzt aber nicht so toll Du tust gerade absolut nichts Kollege Eigentlich hätte ich da gerade dich gerne schießen gesehen Aber gut Alles klar Scheiße Was ist denn Etliche Gegner von hinten Wir sitzen in der Falle Walker Da ist ein MG Keine Deckung während ich die Tür aufmache Kein Problem Wir haben sie Ohrücken Los los Ich kann dir helfen Boss Nenn mir ein Ziel Na bist du hier angekommen Mach ich es lieber selber Genau den kannst du auch mal wegballern Jetzt nicht mehr denke ich Oh doch Der Hund scheint aber noch irgendwie Wäre hier zu sein Ob ich den Eindruck Das ist dein Befehl Da Feuer Höchst auf Los jetzt Wir können los Walker Komm Alles klar Leichen Leichen Oh Gott Scheiße Oh Gott So viele Leichen Lieutenant Daniels Sind sie noch bei uns Lieutenant Daniels Bewusstlos Gebt Bescheid Wenn er wieder zu sich kommt Dann geht's weiter Ja Sir Wir haben ihre eigenen Leute gekillt Die sind aufeinander losgegangen Du hattest recht Walker Ich hätte lieber Unrecht Vorsicht Die werden warten Okay Ja das ist ja alles gar nicht so Angenehm Er ist kein Mensch Captain Auf der Treppe Ich seh's Wenn das Daniels ist Dann ist der Mann schon längst tot Das war eine Falle Scheiße was ist hier los Logo Kein blassen Dunst Wow Rückkopplung Identifizieren sie sich Ich Wer zum Geier seid ihr Captain fickt dich ins Knie Tja Captain Diese Falle war für einen Fuchs Namens Gould bestimmt Sie sind nicht Gould Sehen sie Ich weiß nicht wer sie sind Keiner weiß das Das ist gefährlich Ach ja und für wen Für alle Ich meine mal ehrlich Ihr habt doch nicht geglaubt Wir lassen euch hier einfach rein spazieren Doch haben wir Wir suchen Überlebende Tja ihr habt was gefunden Schöne Scheiße was Los geht's Jungs Was zur Hölle Da oben Das ist Gould Verschwindet Los los Ritt weg Dann Ja 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 Das ist ja wohl Sünde der CIA Dass ihr viel wisst Waren ihr gerade Gegner? Geh bitte da drüber Kollege Ja Tasten die nicht funktionieren Wenn man sie drückt Aber gut Ich brauche halt auch dringend Mal wieder Munition hier Habe sich Kontakt Befehle Hör zu Wenn ihr hier raus wollt Dann tut was ich euch sage Ist das klar? Kommt nach an Wer sind sie? Ich bin Agent Gould CIA Sie sind Captain Walker Data Force Woher wissen sie wer wir sind? Over Jetzt hättest du vielleicht So ein bisschen In Deckung bleiben können Pfff Na die Folge ist leider nicht so erfolgreich Wie ich mir das wünschen würde Oh ich kriege sogar Muni dazu Sehe ich gerade Er ist unnittlich Sieg mir noch Wenn ihr hier raus wollt Dann tut was ich euch sage Ist das klar? Kommt drauf an Wer sind sie? Ich bin Agent Gould CIA Sie sind Captain Walker Data Force Woher wissen sie wer wir sind? Ich weiß wer das Captain Aber jetzt ist könnte Zeit zum Reden Vielleicht sollte ich mal noch ein bisschen hier bleiben Und vielleicht nicht so sehr Wieso könnt ihr die nicht allein liegen von hier aus? Ich glaube das war auch kein Gegner Wo ich gerade drauf geballert habe Ah wie gesagt Munition Okay wo haben wir denn hier Muni? Ähm das ist glaube ich keine gute Idee Meine Lieben Habt ihr denn mal hier was für mich? Ja Habt ihr Danke Na gut Und da gäbe es dann auch Ein paar Granaten Okay Es wird langsam wieder Das geht doch Na bleib doch mal da Komm ich würde euch noch gerne erledigen Dann können wir auch die Folge wieder beenden Links von euch ist ein Gang Nehmt ihn Er führt zu einem Museum Okay geht klar Traf den wirklich Hey wenn dir was besseres einfällt Nur raus damit Los kommt mit Versicht Lade den Anarsch Falt ausgeschaltet Lade nach Seid wachsam Okay Die machen aber echt hier einiges durch Alles klar Na gut Dann werden wir hier mal die Folge beenden Danke fürs Zuschauen an der Stelle Ich hoffe ihr hattet Spaß Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Und bis dahin Macht's gut Und Ciao Ciao Ciao